Dieses ist ein Wahlwerbespot. Für den Inhalt ist ausschließlich der Schauspieler selbst veran... Ach, das ist ja sein Kanal. Ach, vergesst es einfach. Liebe YouTube-Zuschauerinnen, liebe YouTube-Zuschauer, hiermit gebe ich ganz offiziell meine Kandidatur zur Glockenrelevanz bekannt. Ich könnte jetzt rumheulen, dass meine Klickzahlen sinken, sogenannte Mimimi-Videos drehen, aber ich möchte diesen Weg ganz offiziell wählen und bei euch kandidieren. Ja, die Glockenrelevanz ist immer mehr traghafter auf YouTube. Sie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es ist so, seit einiger Zeit hat YouTube es so geregelt, dass ihr eine Glocke klicken könnt, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein YouTuber ein neues Video gedreht hat. Ja, jetzt könntet ihr natürlich sagen, das ist ja nervig, wenn ich bei jedem die Glocke drücke, dann werde ich benachrichtigt und so. Nein. Denn ihr bestimmt ja, bei wem ihr diese Glocke klickt. Und hiermit bewerbe ich mich ganz offiziell zur Glockenrelevanz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal glockenrelevant macht. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum macht der Gnie hier das? Er wird doch immer in meiner Abo-Box angezeigt. Weit gefehlt. Erstens zeigt YouTube nicht mehr alles in der Abo-Box an, sondern nur, was YouTube denkt, was euch interessiert. Das heißt, was ihr in letzter Zeit oft anklickt. Zweitens verschwindet man häufig in dieser Abo-Box, weil, ich gebe es ganz offen zu, ich mir keine große Arbeit mache mit meinen Thumbnails. Das heißt also, wenn Leute viele YouTuber abonniert haben, dann haben sie auch sehr viele YouTuber in der Abo-Box und überfliegen vieles. Und Thumbnails, die nicht so auffällig gekennzeichnet sind, gehen da drin unter. Ihr habt das wahrscheinlich schon mal gemerkt, dass ihr dachtet, oh, da ist ein ganz wichtiges Video, warum habe ich das nicht gesehen? Es wurde in meiner Abo-Box nicht angezeigt. Und dann guckt ihr, oh, es wurde ja angezeigt, ich habe es nur übersehen. Ja, ich gebe es zu, ich gebe mir nicht viel Mühe mit meinen Thumbnails. Ich möchte diese Arbeit und diese Energie lieber in die Videos stecken. Umso enttäuschter bin ich, wenn man diese Videos nicht findet. Wollt ihr die totale Kunst auf YouTube? Ich selbst bin von Beruf Schauspieler und Moderator und werde auf meinem Kanal etwas aus diesem Leben zeigen, in Vlogform oder aber auch Sachen schreiben, die ich dann spiele, präsentiere. Zum Beispiel der Doc Tessor, die ganzen Sketch Me If You Can Sketche, na, habt ihr die denn schon gesehen? Oder ist dies auch in eurer Abo-Box untergegangen? In letzter Zeit habe ich zum Beispiel nach langen Bitten von YouTube zu schauen, endlich ganz viele ganze Songs, komplette Songs, die ich auf der Bühne vorgetragen habe, hochgeladen. Aber kaum einer hat sie gesehen. Egal, worauf ich hinaus will, ist, viele Leute geben sich sehr, sehr viel Mühe, arbeiten einen ganzen Tag an irgendeinem Thumbnail, das mit dem Video gar nichts zu tun hat. Genauso wie mit den Titeln, das auch dann nichts mit dem Video zu tun hat. Die Leute sind enttäuscht. Das ist die Folge. Bei mir ist das anders. Ich lege keinen Wert auf hochwertige Thumbnails oder Titel, die einen locken, dieses Video anzusehen. Für mich ist die Kunst ganz, ganz wichtig. Deswegen abonniert lieber Kanäle wie Marty Fischer oder Michael Schulte, die für mich sehr, sehr große Künstler sind. Und deswegen möchte ich hier auch mal kleine Kanäle erwähnen, die unglaublich künstlerisch wertvoll sind, wie zum Beispiel den von Vivi Joy, die vloggt zum Beispiel über ihre Schauspielschule. Oder Vivian Music, eine unglaublich tolle Künstlerin. Guckt sie euch mal an. Ich habe sogar erfahren, dass viele YouTube-Zuschauer noch gar nichts von dieser Glocke wissen. Sie ist direkt neben dem Abonnieren-Button. Und wenn ihr diese Glocke klickt, dann verpasst ihr auf keinen Fall Videos eurer liebsten YouTuber, die ihr auf jeden Fall sehen wollt. Und deswegen begrüße ich es sehr, wenn ihr Künstlern diese Chance gebt, glockenrelevant zu werden. Ich verspreche euch, wenn ihr kulturelles Interesse habt, dann kommt ihr auf meinen Kanal nicht zu kurz. Ich verspreche zum Beispiel auch eine siebte Doktessor-Folge. Was ist gar meine sechste Doktessor-Folge? Die habe ich wohl verpasst. Seht ihr? Das kommt von mangelnder Glockenrelevanz. Also wenn ihr dabei seid und mir eine Chance lasst zur Glockenrelevanz, dann gebt mir doch den Hashtag MakeGnichelGlockenRelevant und unter anderen Künstlern auch gerne MakeThisGlockenRelevant Diese Hashtags wünsche ich mir. Damit beende ich mein Plädoyer. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bedanke mich schon jetzt für jede Unterstützung, um mich glockenrelevant zu machen. Glockenruf